Ich finde die Idee der SV Schweiz gut, dass wir als Lernende ein eigenes Restaurant führen können. Dass wir mit anderen Lernenden die Herausforderungen teilen können. Wir lernen Verantwortung tragen und selbstständiger werden. Und ich bin überglücklich, dass wir das Vertrauen geschenkt bekommen. Ich finde, dass wir alle noch nie zusammen gearbeitet haben, haben wir es mega gut gemacht und ich finde auch, dass wir ein mega gutes Team sind. Wir kommen gut voraus. Essen steht jeden Tag auf dem Tisch. Die Gäste sind super zufrieden. Das Essen ist wirklich mega fein. Alles in einem ist es eine mega tolle Woche bis jetzt. Es wird sicher noch eine Woche viel besser und ich bin froh, dass ich da bin. Ich würde jedem empfehlen, an die Cheese4week teilzunehmen. Es ist echt eine super tolle Sache. Es sind bewegende Eindrücke, die man sieht. Man kann wirklich mal Verantwortung übernehmen und tragen. Man lernt viel und es ist eine schöne Woche, wo man viel Spass hat und neue Leute kennenlernt. Also ich würde es gerne nochmals machen. Es ist eine coole Erfahrung. Ich habe immens viel Spass gehabt, auch wenn es wirklich eine mega anstrengende Woche war. Aber das, was ich mitgegangen habe, hilft mir sicher auch in der Zukunft. Und das, was ich mitgegangen habe. Und das, was ich mitgegangen habe. Ich habe mich mitgegangen. Ich habe mich mitgegangen.